Moin Leute, was geht? Mein Name ist Judo Gamescom auf der Playstation 4 und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Call of Duty Advance War 4. So, eigentlich wollte ich euch den neuen Exo-Zombie-Modus zeigen, aber das geht leider nicht, da man dafür was bezahlen muss, um diesen Zombie-Modus zu spielen. Also ich finde das richtig scheiße, da ist Rockstar auf jeden Fall viel besser. So, heute gibt es mal wieder ein Abonnentenspezial und ich gehe auf meinen YouTube-Kanal, Der Junge Zocker. So, schalte ich gleich mal hin, ich spiele jetzt einen live, er spielt das Gameplay, Call of Duty wird wahrscheinlich schlecht sein. 2.400 Abonnenten, Mama Mia, hey, Hammer, Hammergeil, 2.400 Abonnenten, alter Falter. Ich habe ja auf meinem YouTube-Kanal viel erlebt. Das fing an, damals, Call of Duty, äh, Grand Theft Auto 4, dann die Ballade auf Gate Honey, später spielte ich da noch Spiele wie Red Dead Redemption von Rockstar. Aber, ich habe, ich habe viel, viel gemacht, dann kamen noch so Knast-Tage, so ein paar Real-Life-Videos von meiner Berufsschule als, äh, Koch. Gott sei Dank ein Kill. Und, ja, und noch so ein paar andere Sachen, äh, ne? Zum Beispiel, habe ich mal einen guten Freund verteidigt auf YouTube, den Agent 007 oder Warfor. Ähm, ja, cooler Tipp. Ja, auf YouTube habe ich natürlich viele Leute kennengelernt, viele Freunde, äh, die richtig korrekt sind, das muss ich auch nochmal sagen. Ähm, mit denen ich schöne Zeiten erlebt habe und hoffentlich noch, äh, erleben werde. Bei mir ist es einfach so zur Zeit, äh, das ist ungefähr seit einem halben Jahr, dass ich, äh, kaum noch mit meinen PSN-Freunden zocke. Äh, auch auf WhatsApp bin ich enorm inaktiv. Das liegt auch daran, dass ich WhatsApp so gut, so gut wie gar nicht mehr benutze. Also, jetzt nicht wundern, dass ich, äh, euch nicht, äh, zurückschreibe oder so. Äh, WhatsApp, äh, ne, das nutze ich so eigentlich gar nicht mehr. Ja, was soll ich sagen? Ich bin inzwischen 22 Jahre alt, äh, werde bald 23 Jahre alt, äh, bin Koch, äh, hab meine eigene Wohnung. Ich habe ja schon in einem oder anderen Video gesagt, dass ich eine Wohnung gekauft habe für 107.000 Euro. Und den Kredit jetzt langsam auch tilge. Ähm, und ja, äh, boah, YouTube-technisch, äh, ja, es kommt nicht mehr wie früher, jeden Tag ein Video, sondern nur noch dann, wenn ich wirklich auch Lust dazu habe. So. Schlecht sieht es aus an der Front. An der Kampffront. Call of Duty, Advanced Woffer, wie schon gesagt, online ist das ein Scheißspiel. Ähm, ich finde den Singleplayer richtig toll, aber ich wollte euch heute auch mal den Online-Modus zeigen, weil ein paar Leute mögen es auch, wie ich abkratze. Ich seh mich überhaupt nicht in die, äh, ich seh mich überhaupt nicht, äh, so als Pro-Gamer. Ich bin ein richtiger Lappen, wenn man das mal so sagen darf. Jetzt weiß ich nicht, wo ich hinschießen muss, ich bin nicht so gut wie tot. Was soll ich machen? Keine Ahnung. Ähm, ja, bedanken will ich mich bei allen Abonnenten. Äh, ich hab ja viel erlebt, ich hab ja damals jetzt Blaze gemacht und in dieser Zeit ist ja auch meine Playstation kaputt gegangen, meine Playstation 3. Und da hab ich sie der Ahornente geschickt. Ahornente, das ist ein ganz cooler YouTuber, der hat dann die Folge Rest in Peace gemacht, es fällt mir mein blödes Mikro, mein Mikrofon immer runter. Und die Ahornente hat in Rest in Peace 19 meine PS3 zerstört, ne? Hatte dann wieder eine neue PS3, dann kam die PS4 raus. Äh, ein Jahr später hab ich mir die PS4 dann gekauft, äh, äh. Der Grund, warum ich überhaupt die PS4 gekauft habe, war ja auch Rockstar Games durch GTA 5, durch den First Person Modus. Äh, musste ich, musste ich ja schon fast die PS4 kaufen und es war die beste Entscheidung, die ich gemacht habe. Die PS4 ist super, man kann, äh, YouTube Videos angucken, wunderbar, im Internet surfen, wunderbar und, äh, Spiele spielen, wunderbar. Passt alles. Ja, genau, ich werde auf jeden Fall weitermachen auf YouTube, äh, wenn ich euch grüßen, ich könnte viele grüßen. Ich habe viele Abonnenten, viele Leute, die ich kenne, ne? Äh, äh, und ja, wen grüße ich denn? Wen grüße ich denn? Jo, ich grüße erstmal den Milch vielleicht, äh, den Lauer. Äh, Milch hat ja einen neuen YouTube-Kanal. Habe ich auch noch nicht richtig vorbeigeschaut. Muss ich, muss auch noch in, muss ich ihn, ich muss ihn auch noch in der Abo-Box verlinken. Hab den alten Milch ja gelöscht. Auf YouTube, weil er ja keine Videos mehr macht. Äh, ja. Egal. So ist das halt, ne? Nun ja, wen grüße ich noch, äh, 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 ja. Wer, warte mal, der Matthias Gisela macht einen 24-Stunden-Livestream. Gerade, muss ich auch noch reinschauen, weiß ich auch nicht, ob ich schaffe, äh, will ja auch noch heute ein bisschen feiern gehen. Ähm, ja, wen grüße ich noch? Den, den, den Steve. Steve, Steve auf jeden Fall von YouNow, äh, Steve von YouNow hat auch einen YouTube-Kanal. Steve, richtig cooler Typ, finde ich. Ähm, Sroo, Sanji, Papa, Schlumpf, Denosch. Das sind alles YouTuber, die ich cool finde. Aber, ich finde wirklich keine Zeit auf YouTube, mit das ganze Zeug reinzuziehen. Das merken wahrscheinlich die YouTuber. Ich hab früher da sehr oft kommentiert. Jetzt kommentiere ich da gar nicht mehr. Ähm, ist halt einfach so bei mir, die, die Lust zu schauen, gerade nicht so hoch. Das liegt nicht an eurer Qualität, das will ich auch nochmal sagen, ne? Jo, haut auf jeden Fall rein, das war's auf jeden Fall. Ähm, bis zum nächsten Mal. ori2games.com auf der Playstation 4, äh, äh, vom Clan Libanon Elite. Und, ciao. Ciao, Broi. Broi. Sendet Broi111 alle eine Freundesanfrage. Haut rein, ciao. Oder bin ich nochmal hier mit YouTube Games.com? Das bedeutet das, das ist mein Gameartikel. Ciao.